Schon bei der Nigeria-Reise der Sussexes soll König Charles III. so wütend wie nie zuvor gewesen sein, doch jetzt legen Herzogin Meghan und Prinz Harry nochmal nach. Wie Mira berichtet, werden Prinz Harry, 39, und Herzogin Meghan, 42, ihrer Vor-Royal-Tour weiterführen. Wohin es geht, was der Anlass ist, und warum König Charles III., 75, vor Wut brodeln dürfte. Prinz Harry und Herzogin Meghan kündigen Reise nach Bogota an. Seit Jahrzehnten setzen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan, unabhängig von ihrer Beziehung und ihrer royalen Rolle, für die Rechte von Menschen ein, die aus verschiedenen Gründen benachteiligt sind. Jetzt hat das Herzogspaar eine weitere Station für seine Royal-Tour bekannt gegeben. Die Sussexes werden laut Mira nach Bogota reisen, um sich dort gegen Gewalt an Kindern stark zu machen. Die Hauptstadt Kolumbiens gilt als Zentrum von Kriminalität und Korruption sowie als Umschlagplatz für Drogen. Laut Auswärtigem Amt ist die Kriminalitätsrate, insbesondere für Straßendiebstille und Wohnungseinbrüche, hoch in dem südamerikanischen Land, das als neues Ziel des Prinzen und der Herzogin gilt. Prinz Harry äußerte große Sorgen um Meghan's Sicherheit. Während Prinz Harry zuletzt in einer Doku, Tabloid Central, erklärte, dass er sich große Sorgen um die Sicherheit seiner Frau mache, wirkt die Ankündigung einer Kolumbienreise nahezu paradox. Der Sohn von König Charles III. äußerte im Zusammenhang des Schutzes seiner Familie konkrete Bedenken, wie zum Beispiel einen Messerangriff oder einen Anschlag mit Säure. Die kolumbianische Menschenrechts- und Umweltaktivistin Francia Marquez erklärte, als Vizepräsidentin Kolumbiens und Ministerin für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit freue ich mich, dass Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex, meine Einladung zu einem Besuch in unserem schönen Land angenommen haben. Während ihrer Reise werden der Herzog und die Herzogin gemeinsam mit Nebogutas sowie die karibischen und pazifischen Regionen von Katarina und Kali besuchen. An diesen pulsierenden Orten werden sie die außergewöhnliche Gelegenheit haben, mit Führungspersönlichkeiten, Jugendlichen und Frauen ins Gespräch zu kommen, die die Bestrebungen und Stimmen der Kolumbianer verkörpern, die sich für den Fortschritt einsetzen. Neben diesen bedeutsamen Begegnungen werden der Herzog und die Herzogin auch das reiche Erbe Kolumbiens kennenlernen. König Charles III. dürfte nach der Ankündigung der Sussexes vor Wut kochen. Vor allem für den Palast sind diese Neuigkeiten ganz gewiss ein Problem. Der Grund liegt auf der Hand, Prinz Harry und Herzogin Meghan traten im Januar 2020 freiwillig von ihren royalen Verpflichtungen zurück, wollten als Senior Royals mehr Privatsphäre genießen. Die Wahrheit sieht allerdings anders aus. Seit ihrem Neuanfang in Amerika schießen die Sussexes regelmäßig Giftpfeiler in Richtung Palast, so zum Beispiel in ihrer Netflix-Doku, dem Oprah-Interview und in Harry's Meme waren Spare. Sie warfen der Windserspitze unter Lars-Szene Hilfeleistung sowie absichtlich Negativ-Beeinflussung der britischen Presse vor. Zeitgleich treten Harry und Meghan immer wieder öffentlichkeitswirksam mit ihren royalen Titeln auf, um auf ihre Archive-Weltstiftung aufmerksam zu machen. Im Mai reisten die beiden im Rahmen der Invictus Games nach Nigeria, wo das Paar bereits eine Tour durch das Land absolvierte. König Charles sollen die Szenen so wütend wie nie zuvor gemacht haben, da der Trip von Harry und Meghan stark an eine Royal-Staatsreise erinnerte. Was der Regent und sein älterer Sohn und Thronfolger Prinz William, 42, also von der Ankündigung der Reise nach Kolumbien halten, liegt damit wohl auf der Hand.